Willkommen auf meinem Gartenkanal bei Yannis Moratti bei den exotischen Pflanzen zu vermehrt und wie es weitergeht und bei der heimischen Sachen zu vermehrt und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinen Merch-Shop vorbei, schaut bei Yannis Moratti vorbei andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren, teilt das Video mit eurer Freunde, Familie bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall und tut den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke. Dann verpasst du hier keine Livestreams mehr und kein Videos mehr. Heute haben wir da eine neue Frucht. Granatilla heißt die. Da tun wir heute Samen raus und trocknen und dann kann man sie ansehen. So, das zeige ich euch jetzt. Muss ich nur erst den Tisch abwischen. Lebensmittel. Jetzt schneiden wir die Frucht auf. Wie sollte ich sie aufschneiden? So oder so? Dann mach so. So schaut die Frucht jetzt aus. Jetzt probieren wir mal. Jetzt dauert es ein bisschen. Jetzt tun wir die Granatilla Samen ansehen. Das sind sie. Von Fruchtfleisch sind sie entfernt. Und jetzt kann man sie ansehen. Jetzt da mal Erde hinein. So. Erde ist drinnen. Jetzt die große Brocken aussortieren. Jetzt da mal die Granatilla. So streuen. Überall verteilen. Teilen. Jetzt schaut das so aus. Jetzt kommt da. Erde drüber. Und Etikett. Jetzt gießen wir sie an. Und in die Wärme. So. Jetzt hole ich die Gehkante. Und jetzt gießen wir einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Drüber. Und jetzt nur mehr in die Wärme stellen. Und dann kann es wachsen. Die Granatilla. So. Viel Spaß zum Nachmachen. Es ist ganz einfach. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut es in die Videobeschreibung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut es Kanal Info. Schaut es bei i vorbei. Und am Ende des Videos. Kannst du drei Videos. Andrücken. Und mein Logo andrücken. Und abonnieren. Teil das Video mit eurer Freunde. Familie. Bei Facebook. Bei WhatsApp. Auf Instagram. Auf Snapchat. Überall. Und tut den Kanal kostenlos. Abonnieren. Und aktiviert die Glocke. Dann verpasst du keine Videos mehr. Und kein Leistung mehr. Bis zum nächsten Video. Der Gärtner Janus Moratti. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.